die laufen auch tagsüber hier rum ich glaube es ja wohl nicht alter schwede gefährliche kiste da muss man gut drauf aufpassen sowas essen muss man essen alte laberköppel hier ist mein essen so dann haben wir immer noch was über dann können wir noch mehr gucken das ist glaube ich das ist jetzt das letzte und dann sollten wir gucken dass wir so schnell wie möglich uns irgendwo was bauen so ein verrottetes fleisch kannst du behalten den kacke ja ein gutes schwert haben war rüstung könnten uns vielleicht noch irgendwas ja eine leder rüstung bauen ist das ist nicht so toll wir machen das also wir werden hier erstmal so ein bisschen was kaspern und dann gucken wir mal wie weit wir einfach kommen vielleicht bleiben wir hier in der nähe vom dorf schauen wir mal leckerchen den pilz kannst du auch behalten oder können wir den essen den kann man ja gar nicht essen dann kannst du den behalten den will ich nicht eichen setzlinge und wir haben hier fichten setzlinge unverrottetes fleisch ganz aufhalten den scheiß mit kein mensch haben so zweimal zub dabei so dann haben wir essen mäßig alles so das ist meins und dann nehmen uns einen ofen mit tschuldigung ich musste jetzt einfach mal klauen weil sonst geht das ja nicht sondern würde ich sagen wir kaspern jetzt hier mal los und gucken mal wo wir denn schön hier also hier ne das gefällt mir gar nicht gucken wir mal finden weil er hier noch so alles feines also ist eine tolle gegend die sieht auch also das texturen paket finde ich mega geil krass übelst sogar wir müssen auf jeden fall irgendwo bauen wo wir auch genug ressourcen haben um erstmal schön hier um erstmal die nacht auch gut überstehen zu können weil die die fasse gibt ja leck mich im arsch tschuldigung aber hier gibt es ja verdammt viele schafe schafe so wir müssen wir müssen dringend essen was ist denn da unten ein hamster oder was soll hier ist ganz schön viel wald das wäre schon hier ein ganz cooler platz aber das ist mir ach da ist ja wieder höhle oder zieht das sieht ja schon geil hier aus ne das ist schon cool aber wir haben direkt direkt kohle gefunden okay die nehmen wir mit scheiß der hund drauf wir buddeln jetzt erstmal ein bisschen hier kohle ohne ende kohle wie geil ist das denn ja das ist doch mal ein richtig geiler erfolg oder nicht so die nehmen wir mit also die texturen sind richtig geil das sieht also ich bin begeistert bengs bums 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 alles weg hier so dann haben wir auf jeden fall schon ordentlich kohle damit wir hier befeuern können mal gucken wann es gleich wieder dunkel wird kann ja nicht mehr allzu lange dauern ihr wisst was ich meine okay wir hatten auch eine schippe oder nicht hier so ein komisches komische schippen teil ein bisschen erde können wir gebrauchen warte mal wo ich glaube zu dunkel das ist nicht gut dunkelheit ist nicht gut ok das heißt auch für uns wenn du dunkel wird da gibt es gleich den arsch voll weil dann kommen wir die ganzen spacken hier warte mal wir sind doch nicht dumm wir können das ja auch noch andersrum so wir machen das jetzt mal ganz schlau wir machen uns hier ein lämmchen hin und dann haben wir uns hier vorne die erde hin zur erde zack die können gleich wieder schön abbauen entschuldigung so gute nacht so hier kann uns keiner auf den sack gehen dann haben wir erst mal so eine komische erdhüte steine können wir auch gebrauchen du kannst du nacht schlafen wieso ist doch nacht ach nee ist noch nicht nacht ok es ist doch nicht nacht aber gleich hat kann nicht mehr lange dauern oder sehe ich das jetzt falsch genass das kann ja ich würde jetzt rausgehen und sagen wir machen hier noch ein bisschen schnell bäume ab grasing aber das sieht glaube ich gut da besonders nicht auf hardcore dann kommt das nicht wirklich so gut so wir warten jetzt einfach wo wir können schlafen drei auf holz geklopft sondern machen wir jetzt erstmal cool eine runde booboo ok er zieht gut aus wir können glaube ich hier raus obwohl ich ganz ehrlich gestehen muss die musik macht mir angst ich habe mir die zwar selber ausgesucht aber trotzdem egal wir machen jetzt erstmal hier baum hacki hacki wir brauchen ja ein bisschen holz mal ohne holz werden wir hier nichts reißen können so jetzt haben wir so viel wegballern was das zeug hält geil was ist denn das für holz bruchsteine eichenholz eichenholz ist immer gut komm schätze rein gib mir eichenholz gib mir ganz viel eichenholz das finde ich toll das finde ich toll so das nehmen wir jetzt alles mit damit wir uns ein schönes haus bauen können so zack 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 okay wir müssen hier nur aufpassen da vielleicht keinen für den kopf kriegen das ist ja relativ dunkel hier aber das soll uns jetzt drehtens egal sein wir schaffen das ja wie gesagt ich hatte da echt richtig bock drauf mal wieder was neues was anderes mal zu machen und pvp ist halt nicht so ganz mein ding generell bei spielen ich stehe nicht so unbedingt auf pvp außer jetzt hier lol spielen ja das ist eine sache aber ansonsten die ganzen spiele die es so auf pvp basis gibt äh ist nicht so ganz meins nicht so ganz ich meine ist auch alles geschmackssache aber das ist äh nee 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 muss ich jetzt nicht unbedingt haben oh geil wir haben hier so einen megabaum wir haben einen megabaum guckt euch das an wow das ist ja war richtig geil übel 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 aber wir müssen gucken dass wir hier einen schönen platz jetzt finden wo wir dann bauen können erst mal hier raus bei uns sind ja bäume ohne ende finde ich ja auch ganz wo hier ist wasser ich sehe wasser auch cool auch sehr schön aber nee nicht das richtig das ist nicht das richtige das ist nicht das was ich haben will komm raus hier ich glaube wir sind hier im wald des grauens gelandet ich weiß es nicht scheiße ich will hier raus okay das sieht ja schon mal gut hier aus obwohl ich glaube hier kommen auch nicht geht es auch nicht weiter wo sind wir denn hier gelandet das ist ja toll mit den ganzen bäumen aber hier sieht man ja vor lauter bäumen den wald nicht mehr jetzt nix wie raus hier meine alter wir sind ich glaube wir sind im dings bums land gelandet im bäumchen land bäumchen wechsel ich hallo ja schöne bäume was bist denn du hast du bist weizen okay das sieht irgendwie ein bisschen gruselig hier aus aber mit den roten bäumen geile kiste lava 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 da gehen wir hin der berg sieht ja mal richtig verlockend aus hier sind schweine lecker schweine hallo durch 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 in den arsch immer in den arsch hinein boah du schwein okay habe ich nicht gekriegt sorry beim nächsten mal das ist erst mal hier raus kommen guckt euch mal den berg hier an alter ist ja mega cool guckt euch das an cool da läuft die lava runde aber haben wir fallen darunter ja das ist doch mal was coole steine gibt es hier und schweine schweine hallo cool also das gefällt mir ja schon mal auch richtig gut hier die landschaft ist ja schon mal nicht übel hier ist ganz viel ganz viele ressourcen natürlich können auch hier können natürlich auch viele monster spawnen aber das sieht mal richtig cool hier aus aber dann das ist auch noch nicht das richtige war das ja dann doof dann sind wir hier in so einer bergkette eingeschlossen obwohl das ist ja wohl mal hier ne so übelst geil alter warte mal ich hab voll die idee wir bauen uns das hier um ja 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 ja